Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre, das Beste kommt zum Schluss. Ich darf Ihnen mitteilen, dass es dem Geschäftsleiter der SWS-Media-AG am Stefan Calivers vor wenigen Minuten gelungen ist, in Rio de Janeiro einen Vertrag mit dem brasilianischen Mediengigant UGlobu abzuschliessen. Damit übernimmt die SWS-Media-AG per sofort Aktienmehrheit am UGlobu-Konzern und sichern sich so insbesondere auch die exklusiven Übertragungsrechte der Fussball-WM für das Luzerner Hinterland, das Wickertal und das Seetal. Wir stehen jetzt in Verbindung mit unserem Latinamerika-Korrespondenten Diego Armando Calimero in Rio de Janeiro. Können Sie mich hören, Senor Calimero? Hallo Schweiz. Hallo. Hallo Dottim. Herr Calimero, hören Sie mich? Hallo. Ich kann Sie leider nicht hören, aber es wird soeben mitgeteilt, dass ich auf Sendung bin und Sie mich verstehen können. Ja, die Meldung von der spektakulären Übernahme von UGlobu durch die hierzulande auch Insidern, doch eher etwas unbekannten SWS-Media-AG hat in Brasilien eingeschlagen wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Momentan dreht sich auf den Straßen Rios alles nur noch um diesen Deal und das am Tag zwei der Fussball-Weltmeisterschaften, was im Lande des Fujibaus doch ganz und gar außergewöhnlich ist. Aber es wird verständlich, wenn man weiß, dass UGlobu in Brasilien und ganz Lateinamerika nicht irgendwer ist, sondern der eigentliche Gigant unter den Medienunternehmen. UGlobu, portugiesisch der Globus, das ist zunächst eine brasilianische Zeitung mit Sitz hier in Rio de Janeiro. Und zwar das Zeitungsflaggschiff des Medienkonzerns Organisations Globu von Roberto Marinho. Gegründet hatte die Zeitung 1925 sein Vater, der Journalist Irineo Marinho. Zum Konzern gehört aber insbesondere auch Rede Globu, das größte TV-Netzwerk Lateinamerikas. Mit 80 Millionen Zuschauern täglich ist es das drittgrößte weltweit. Man wusste zwar um die Affinität des neuen SWS-Geschäftsleiters zu Brasilien, aber mit diesem Q hat nun niemand, wirklich niemand gerechnet. Ich hatte vor wenigen Minuten Gelegenheit, mit Stefan Kalivers zu sprechen und ihn zu den Weg gründen, zu befragen, für dieses völlig unerwartete Brasilien-Abenteuer der SWS-Medien-AG. Er hat dabei eine Stellungnahme abgegeben, exklusiv für die SWS-Generalversammlung von heute Abend. Ich hoffe, es klappt mit der Einspielung. Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, liebe Kolleginnen und Kollegen, hallo Schweiz, hallo Notu. Wir sind auf Erfolgskurs. Die Verantwortlichen der SWS-Medien-AG haben Ihnen heute Abend ein hervorragendes Geschäftsergebnis präsentieren dürfen. Das freut mich außerordentlich und ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten für ihren grossen Einsatz ganz herzlich bedanken. Aber Stillstand heisst Rückschritt. Es ist in der momentanen, sehr volatilen Marktlage von den Medienunternehmen unabdinglich, vorwärts zu schauen und neue Wege zu beschreiten. Und vorwärts zu schauen heisst insbesondere auch neue Märkte erschliessen. Unsere Kernkompetenz liegt im Lokalen. Global denken, lokal handeln heisst unser bewährtes Motto. Das soll auch so bleiben. Unser Kerngeschäft bleibt unantastet. Aber mit dem heutigen Tag erweitern wir unser Geschäftsmodell und schauen ab sofort auch über den Tellerrand hinaus. Komplementär zu unserem lokalen Business heisst unser Motto neu auch Lokal denken, global handeln. Das heisst, wenn wir unsere lokale Märkte in Zukunft sichern wollen, müssen wir global aktiv werden. Und was liegt da näher als die Übernahme eines echten Global Player? Sein Name ist Programm. U Globu. Der Globus. Ich bin überzeugt, dass wir mit der heutigen Transaktion den Grundstein geleitet haben, für eine noch erfolgreichere Zukunft von unserem Unternehmen. Das neue Geschäftsmodell stellt uns alle vor grosse Herausforderungen. Ich freue mich, liebe Aktionärinnen, liebe Aktionäre, geschätzte Damen und Herren Verwaltungsräte, liebe Kolleginnen und Kollegen, zusammen mit euch die grosse Herausforderung dürfen anzupacken. Ich bin überzeugt, alles wird gut. Oder wie mir hier in Brasilien sagt, In dem Sinn, Buatare Suissa, Buatare Amigos, Hände schönen Abend und Gute. Soweit das Statement von Stefan Kalivers. Zum Schluss unserer Übertragung möchte ich Ihnen aber auch die Reaktion auf brasilianischer Seite nicht vorenthalten. U Globu-Starreporter Gali Galinho dos Santos kommentierte den Medien-Megadeal wie ein dramatisches Fußballspiel. Hören Sie selbst. Spannungszöner, Sensacional Sensacional E fenomenal. Es gibt auch die Es ist eine Redaktion. Es ist eine Formation des Campeon. Nr. 35 Butcher 1-17 Nr. 35 Nr. 35 Nr. 50 Nr. 36 Nr. 35 Nr. 59 Nr. 60 Nr. 60 Nr. 67 Nr. 61 Nr. 31 Nr. 31 Turbinio Cavoli!